Niemand ist gerne 1-0 Rückstand, aber ich denke, nach der ersten Halbzeit war das quasi anzusehen, was wir da gemacht haben. War nicht das, was wir vorhatten. Und dann trotzdem sieht man, was in der Mannschaft steckt, welche Moral steckt, welcher Teamgeist in der Mannschaft stellt, dass man nach dem 1-0 Rückstand und nach so einer Leistung, die man in der ersten Halbzeit bringt, dennoch zurückkommt und den Schalter findet, sag ich mal, das ist nicht so leicht. Und da sieht man einfach, dass wir eine Mannschaft intakt sind und dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Wie hast du die Entwicklung zum Tor gesehen? Ja, es war so, dass ich eine Minute davor noch einen katastrophalen Fehlpass gespielt habe über den ganzen Platz. Und dann dachte ich mir, so kann es nicht weitergehen, jetzt muss ich mal reinkommen in das Spiel. Und dann kam schon die gute Flanke von Jonas und dann habe ich ihn über die Linie gedrückt und dann war ich angekommen. Seine Abschlussqualitäten, die stehen außer Frage. Das hat er schon im Training gezeigt. Also da haben wir Torhüter uns das ein oder andere Mal, ja, schon die Bälle durch die Gegend gejagt, weil er uns da keine Chance lässt und enorm stark im 16er ist. Und ich denke, das Tor war nicht so leicht zu machen. War ein halb hoher Ball und den dann so zu nehmen, ist schon eines guten Stürmers würdig. Und das hat er super gemacht und wir freuen uns alle riesig für ihn, dass das gepasst hat. Packen wir den Elber einfach in die Schublade ausgleichende Gerechtigkeit mit Bezug auf die letzte Saison? Ja, könnte man so sagen. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich war gute 100 Meter entfernt, aber ein bisschen Glück gehört sicherlich immer dazu. Das hatten wir letzte Saison in vielen Szenen im 16er nicht. Eher noch gegen uns dann. Und heute war es mal für uns. Und ich denke, das ist dann auch irgendwo mal gerecht, auch wenn es für den HSV natürlich extrem bitter ist. Ich denke, sie hätten sicherlich heute auch einen Punkt zumindest verdient gehabt. Wie erlebt man so die letzten Minuten in so einem Spiel als Trainer an der Seitenlinie? Ja, am liebsten gar nicht. Aber es nutzt ja nichts, man muss da draußen stehen. Nachdem ich auch Wechsel nicht mehr konnte, konnte ich auch nicht viel Einfluss nehmen auf das Spiel. Klar war, dass wahnsinnig viel Unruhe war. Klar war auch, dass auf der Hamburger Bank Unruhe war. Das verstehe ich nach so einer strittigen oder knappen Entscheidung. Das ist klar. Ja, und es war aber trotzdem etwas, was ich liebe am Fußball. Das heißt, man hat nicht gemerkt, dass die Hamburger zur Zehnt waren. Sie haben alles reingeworfen. Die Jungs waren leer. Auf der anderen Seite haben die alles noch unternommen. Das macht den Fußball aus. Ich glaube, die Leute waren heute zumindest auch dann mit der zweiten Halbzeit, mit dem, wie sich das Spiel abgelaufen ist, waren sie auch zufrieden. Dramatisch.